Mein Vater hat eine kaufmännische und zahntechnische Lehre gemacht. Meine Mutter eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin. Das passte ganz gut zusammen und sie haben Rosnental gegründet. Unsere Kunden sind Zahnärzte und Dentallabore. Der Medizinbereich ist ein sehr komplexer Bereich und unsere Hauptaufgabe liegt darin, unsere Kunden individuell zu beraten. Wir unterstützen unsere Kunden bei allen Fragen zum Thema Hygiene. Zudem reparieren wir in unserer Werkstatt sämtliche Geräte und Instrumente. Wir benötigen eine Software, in der wir unsere Kundendaten einpflegen und aktualisieren können. GS Office ist individuell und flexibel, nur so können wir unseren Anforderungen gerecht werden und ständig aktuell sein. Wir möchten noch weitere Arbeitsplätze einrichten und erweitern deswegen auf die GS Quantum. Die Installation ist einfach und ohne größere Kosten möglich. Wir haben eine breite Produktpalette von über 50.000 Artikeln in unserer Warenwirtschaft. Tendenz steigend. Mit der GS Office wickeln wir unseren kompletten Handel ab. Angefangen beim Wareneingang über das Angebot, die Auftragsbestätigung, Kommissionierung bis hin zur Auslieferung. Besonders die Möglichkeit eigene Formulare zu entwerfen, erleichtert unsere Arbeit sehr. In unserer Werkstatt sind wir mit der Reparatur einiger tausend Geräte beschäftigt. Zu jedem Gerät haben wir ein individuelles Formular mit technischen Zeichnungen und technischen Daten in der GS Office hinterlegt. So bekommen die Techniker zu jedem Auftrag das passende Formular und ersparen sich eine größere Recherchearbeit. Ein besonderer Vorteil der GS Office ist die leichte Erlernbarkeit. Die Mitarbeiter benötigen keinen Kurs, wie es bei anderen Produkten oft der Fall ist. Innerhalb von zwei Stunden hat jeder das Grundprinzip verstanden und kann mit der Software arbeiten. Zum Beispiel können Aufträge bearbeitet werden und Rechnung geschrieben werden. Erfolg sind Zahlen schwer zu beschreiben, aber anhand unserer Mitarbeiterzufriedenheit gut zu sehen. In regelmäßigen Teambesprechungen geben unsere Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge, die wir dann in die Software übernehmen. Vor kurzem kam zum Beispiel die Idee, die Lagerplätze in unserem internen Lieferschein darzustellen. Das wurde prompt umgesetzt und erspart uns nun einen kompletten Arbeitsvorgang. GS Office sorgt in unserem Betrieb rund um die Uhr für einen reibungslosen Ablauf.